Dieke der Olpe, oder so ähnlich, ey, vier Algen im Wasser, aber Vögel, da oben kreist wieder der Kontor, also fünf Stück, und einfach eine schöne Gegend. Wo ist der Susio? Da ist der Susio. Wer hat da Kaka gemacht? Mann, 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 Mann. Campingplatz kostet eigentlich nichts, aber Elektrik ist da, Dusche ist da und ein Kakaus ist auch da, aber die Gegend ist schön und Ruhe ist angesagt. Jetzt fehlen ungefähr drei Meter Wasser.